Hey Leute was geht, hier ist Redmarek und ich habe was vor. GTA Online Glitch und ich wollen ein Crew-Treffen machen. Meine Crew und GTA Online Glitch Crew. Wir werden in einer Läufe zusammen chillen, ein paar Rennen machen, ein paar Missionen machen und das Ganze werden wir dann auch aufnehmen und eventuell bei YouTube reinknallen oder bei GTA Online Glitch rein posten. Auf jeden Fall kann das richtig geil werden, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen was reißen, auch am Video und so weiter. Und wenn ihr Lust habt und in unserer Crew seid, dann könnt ihr gerne mit dabei sein. Alle weiteren Informationen folgen bei GTA Online Glitch und steht auch in der Videobeschreibung unten bei YouTube, da könnt ihr auch gerne reingucken, wie das Ganze funktionieren wird. Das Ganze wird Samstag stattfinden, um 18 Uhr und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn richtig viele Leute dabei wären. Das war's jetzt von mir und ja, bis dahin, haut rein, ciao!